Entschuldigung, ich meinte eigentlich... Nein! Das war auch das Falsche! Nein! Super, dann kann es nur noch eine Möglichkeit sein, und zwar... Mr. Murder... Ich krieg die gar nicht hin, man! So einen scheißen Moment! Nochmal! Ziel! In die falsche Richtung! Was machst du denn? ABER! Falsche Richtung Ziel! Vorsicht! Nein, nein! Boah! Au! Ey! Yeah, du auch! Ey, ich blieb dich um! Das ist eben Brut des Todes! Ist das ein Quietschhaber? Nee, ist kein Quietschhaber. Ja, Quilzellung! Britzellung durch Quietschhaber! 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 Sag mal, wie lange wimmt der? Britzellung durch Quietschhaber! Okay, nicht mehr. Britzellung durch Quietschhaber war auch nicht so cool, aah! Super Verzauberung! Hier, Britzellung! Okay, ich habe ihn gebritzelt, damit ist alles gut. Nein, du musst ihn abführen! Gut! AAH! Warum wäre es? Warum nicht? Ja, Schrabbel-Dingsi. Können wir uns alle töten? Nein! 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 Okay! Okay! Warum? Aber ein Gefängnis! Ja, ich habe Heilung! Ja, alle Sternen! Gib mir das! Ich will das haben! Das ist jetzt ein Teil, was mir fehlt, aber jetzt wird mir ja geklaut. Ja! Stirb, Chainsaw Man! Nein! Ich will Teile! Brüdiger, nicht das Letzte! Ich will jetzt Teile haben! Du kriegst keine Teile! Doch, ich habe schon zwei Stück. Ey, ich habe jemanden getötet! Coool! Nein! Wo ist das letzte Teil? Ist es verschwunden? Nein! Ihr dürft keine Teile haben! Ich habe das Gerät geklaut! Au! Ja, ich habe, ich bin nur einen Teil! Aber wo ist es! Ey! Super Zocko! Ich hasse, dieses Spiel! Nein! Ich fahre schon wieder runter! Yeah! Voll daneben geflogen! Full! Full! Ja! Ha! HAHAHA Das war knapp Wir stehen da brutal zu Keiner zu breitplats mit ...obwohl ich 0 K.O´s habe Ja Aber dafür ist... Hat er ein getöteter ...ist dafür 3x gestorben Ja Irgendwie läuft das gerade nicht Nein das läuft wirklich nicht und auswig Es hat dann nicht gebeten erlebt das er so gut in diesem Spiel Ja Also ich mach eigentlich gar nicht Auz Jack nur hin Und tragisch es istrations師 was ich hatte Nämlich Merkwürdig it's cool, mein Spam daneben, weil ich nicht ein Kräger Hilft nur noch eins Echt? Ja Ey, ihr habt nicht gehört, was ihr gehört Ja, da sind wir Ich kann jetzt zu sicher empfehlen, mein Charakter schön mal aus bevor du es machst Hommel auf! Ich sag nur eins, hu 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 Sorge nur Ultimative Sack-Sack-Verkloppo Geil Hu 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 Oh Gott Geil Luigi ist zurück Nein Nein Pikachu wird euch alle umbringen Nein, wird es nicht Oh Gott! Wieso nur Umwärmungsattack! Pikachu tötet euch nun mal doch alle Okay Nein Pikachu kriegt einen Baseballschläger in die Fresse Nein 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 Doch kriegt der! Nein 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 Metal Geil Luigi Nein Oh nein Kannst du zulassen! So Er steht auf Latex und Metall Ja Wie kommt ihr nicht hin? Aua Pikachu hat jetzt ne Kiste Wow Und ein Baseballschläger Ja Pokemon Nein Und Pokebälle Den Labados Aber ich sterbe nur durchaus englisch Oh Gott, es ist Labados Achso, ich hatte ein Goldini Es ist Aktois Nein, es ist Latias oder so Ja, ja, ist ja gut Pokemon Experte Nein Nein Ich kenne nur die ersten 150 Von daher Ich kenne gar keine Ich kann nicht mal alle ausländisch Aber jetzt nur mehr Alle 496.000 Ja Das hat jemand getötet Wuuuuh Nihon hast du getötet Verdammt Dann wirst du sterben Mit einer Bomber Nein Ich habe genug lieber in der Fresse Ich habe genug lieber in der Fresse Bäh Das wäre die Schwingen jetzt doch wieder los Nein 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 Ja, färben Nein Bäh Nein 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 Ich wollte ihn wenigstens einsetzen wenigstens Ich habe ihn eingesetzt Ja Bumper Bumperball Bumperball Nein Nein Zeit Uhr Zeit Uhr Nein Nein Stür Nein 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 Flieging extrem Waaaaaaain Ja Sander Ja Sander Sander Nein 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 Erwähnen 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 Ja Ja Erwähnen 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 Und alle denken nicht mehr Re-Hawk Und alle denken nicht mehr Re-Hawk Erwähnen Weht jetzt alle nochmal eure Lieblingscharaktere denn das wird jetzt die letzte Runde Ok Ok alles klar dann Erwähnen 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 Ja was ist denn mein Lieblingscharaktere? Erwähnen 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 Ja Nehmen wir das doch mal Hoffentlich kommt es dran Wenn nicht dann hab ich eben Pech gehabt Weißt du nicht vielleicht habt ihr auch eine interessante Wahl Ja 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 Ach Oh Gott Wir hatten das gewählt 2 Ich nicht 1 Erwähnen Leggen extrem Mach nichts Stirrrrrrr Ihr müsst alle stirrrrrrrrrr Immer vorhörst du dich Hehehe Nice Ok Sterb 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 Nimm das hier Nimm das hier Nimm das hier Nimm das hier Ich nehme mein Fass und verzieh mich damit Ok Nein Verdammt Er hat mein Fass kaputt gemacht Ja Das gibt blutige Rache Echt? Warum ist der so klein geworden? Weil du jetzt klein bist Weil du jetzt klein bist Ich bin auch klein aber ich töte dich trotzdem Ja Boah Wieso krieg ich den Kill? Man weiß es nicht Schlubbel Nein Schlubbel 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 Oh fliegen Ja Das nicht Das nur Schlubbel Das nur Schlubbel Ja Lass du Schlubbel Lass du Schlubbel Lass du Schlubbel Lass du Schlubbel Nein Unkehren Schiedlungsattacke Und du die Rue Wir haben weggeballert Oh nein Stell mich jetzt oben in die Ecke und versuche irgendwas zu spät Ok Mann Chainsaw man das ist unglaublich was du hier abliebst Stirb Ah Gott Oh ja Abos Wieso sagst du Abos? Oh nein 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 Ich darf es nicht zulassen Nein Ich darf es nicht zulassen Ich will mich einfach richtig verabschieden Nein 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 Weg wieder Weg wieder Ok Das ist auf einmal der Wehawk bald Nein Au Nein Nein Nauerscharf Passiert schon was du sagst Durchdrehen 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 Nein Ich komm da nicht runter Ich will Laserschwert haben Ja Ich komm da nicht runter Ultralaserschwert doppelschwer Nauer Bäh Nein Ja 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 Was war denn das gerade eben? Ja 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 Hast du jetzt insgesamt jedes Match gewonnen? Kann das sein? Bis auf eins Das ging an mich Ja okay Okay Weechi war bei euch gewonnen Okay dann würde ich mal sagen wir verabschieden uns an der Stelle Das sind jetzt immerhin schon Immerhin schon drei Teile Und Wir sehen uns dann nächstes Mal Bye Bye Geier mal Bye Bye Let's Play Oder Let's Battle Oder Super Smash Was sie weiß Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschüss Leute Tschüss Leute